You will get on that plane to Paris Achso Es macht ihn also sympathisch, dass er mich verarscht Denn ihr seid ja toll Otherwise I get to deal with you my way So please Please Disobey Wait a minute Someone's watching Woher weiß sie das? Ja das war auf jeden Fall gerade ein Moment für euch um zu lachen What Da What Just happened We pointed you in the wrong direction And looked at Bloody Mary's reflection Oh Her That explains the sting I'd rather not have to feel the pain she brings So Let's not do that again Okay Pebble Looks like we'll have to track him down later You're right We need to focus on the immediate threat And that's the crooked man Bigby We don't have a lot of time We don't have a lot of time Are you having trouble with the Rhyme, Sheriff? Just show me where I can find the crooked man I haven't been feeling well of late Seems neither of us can cooperate Damn Perhaps I can be of assistance? Ahem Mirror mirror Keep us sane Show the door to crooked man's domain I can always count on you, Bufkin Okay I don't recognize the door, but It's the crooked man's symbol Hello, your viewers It's the door The door It moves Yeah Jersey mentioned that Wait a minute I know that door What? Central Park Central Park I don't want to move again, but I'm gonna get there before it does Bigby, wait Was denn? Ich kann nicht so lange warten. Ich versuche mein Bestes. Ey, haupt's nur töten. Ich werde nichts sagen. Ich werde nichts sagen. Entschuldigung. Ich habe genug, um hier zu beschäftigen, während ich das Problem gegen ihn vorbereite. Also ich werde dir vertrauen, dass du das richtig anhandeln kannst. Das ist, wenn du denkst, dass du bereit bist. Natürlich bin ich bereit. Ich habe keine andere Wahl. Und Renaman, wenn du lustig bist auf dem Kanal von Small Feather Game, kannst du alle Folgen nochmal sehen. Also von der ersten Episode bis zur letzten. Bald besann er sich des Guten. Du hast Kapitel 5 von Episode 4 abgeschlossen. Nacht. Wie viele Kapitel hat denn das? Ich hab dich weh. Es verschwindet jetzt sofort, Alter. Ich will nicht lange fackeln! Jetzt hab ich dich. Ich kann es nicht ohne dich umbringen. Was ist los? Oh, hat es kaputt gegangen. Gott verdammt. Da war Rainer Kalm und hab ich mich erschrocken. Was in der Hölle machst du hier? Was ist das denn? Guten Tag, Sheriff. Ich bin hier, um dich zu dem Bossen zu nehmen. Oh. Ja, warte. Ich hab dich das schon unterladen. Ich hab dich auf Tiny... Tiny zu ihm. Ich muss mich zu sagen, wenn sie mich auf die Tür schauen haben, war ich nicht sicher, was ich erwarten, als du durch das Portal kamst. Aber ich verstehe. Du bist nicht hier auf einem sozialen Telefon. Was ist das? Das kannst du dann auch ordentlich umbringen. Ja, warum nicht? Ich bin nicht sicher. Ich habe nur noch nie durch einen von den Portalen kamen. Ich glaube nicht, dass du von der actualen Straße in den Ort kommen kannst. Aber du kannst mich nicht schuldigen, dass ich dich auf einem laufenden Band machen wollte. Ich sollte dich direkt in den Ort bringen. Danke. Komm dich weg. Wartet mich also. Aber das war Rainer Kalm und meine Lieben. Und damit... Ein erneutend herzlich willkommen bei Outlast. Wir sind jetzt hier... Der krumme Mann. Wir sind jetzt definitiv im Spiel. Das stört mich einfach. Und... Wir können jetzt leider nicht mehr abhauen. Wir können nicht mehr abhauen. Wir müssen das Spiel jetzt durchführen. Ich war mir selbst ein bisschen überrascht, wenn sie mich gefragt haben, dass sie es getan haben. Ihr müsst nicht tun. Ich würde euch gerne mehr die Möglichkeit lassen, euch selber entscheiden, was sie sagen. Aber ich muss halt wirklich schnell drücken. Das ist immer ein bisschen blöd. Es ist nicht so. Was auch, was du über ihn denken möchtest. Er tritt mich nicht wie ein brokenes Kind. Ich denke, er kriegt, was es ist. Er hat mir einen Job gegeben. Und ich bin glücklich, dass es ihn haben. Das ist die einzige Option, die ich habe. Ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, es ist das in mind, vielleicht. Denn wenn du und der Boss auf sich gehen gegen uns, dann der Rest von Fable Town wird in der Mitte geholfen. Ich kann das Tür finden selbst. Du kannst nur von hier rauskommen. Du bist jetzt versuchst. In ein Moment. Leavel? Ich habe gesagt, ich muss das machen. Hey, du warst. Du bist da. Du gehst. Du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil davon. Du bist wie jemand anderen. A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line of the business office, but he's there. We need you, but we need him too. What we don't need is a war. Der Krieg is schon die ganze Zeit am laufen. Sir, hold up. I gotta go in with you. Can't you just wait up, Sheriff? Hold on. Fuck off, alter. Thanks. Don't laugh at me. Go ahead. You got a job. Sheriff Wolf, sir. You schon wieder. Thank you, Tim. I know the sheriff is indeed. What the fuck? Could you handle it? You did well. You can go now. Thank you, sir. Everyone in Fable Town has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. What the fuck is this for a guy? I am the dritter of the time. With all of them, I can't even take care of them. We have a great deal of the disgust. I think I have played it one or two times. But it's always funny. What? Well, let's talk about it. Well, you just said that it's... Alright, you got me. Let's talk. Oh, fuck. Oh, fuck. Excuse me, the stream is just gone. Next time at The Wolf Among Us. I've heard stories about you. Bloody Mary. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The Wolf is coming. And they would wait. Hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes. and wait for death. And you give it to them. I wish I could have seen it. Oh, well. Schnitzelbämme. I love my naked mom. So, hast du Colin zur Farm geschickt? Du und 79,7% der Spieler haben Colin nicht zur Farm geschickt. Hast du versucht, Neurissa-Band zu entfernen? Wir haben nicht versucht, das Band zu entfernen. Welche Laden des krummen Manns hast du zuerst besucht? Du und 48% zuerst. Er setzt immer so in den 50%, ne? Wie hast du den krummen Mann geantwortet? Du und 17,1% der Spieler wollten zuerst mit ihm reden. Okay. Okay. Ja gut, hier gab's mehrere Möglichkeiten. Deswegen gibt's halt nicht die Hälfte-Hälfte. Aber ansonsten ist es immer ziemlich Hälfte-Hälfte hier. Ist schon interessant. Ja. Schon cool. Ich hätte aber auch noch... Fortfahren. Aber ich will jetzt eigentlich erstmal aufhören. Nein, jetzt kommt wieder die Schlüssequenz. Die Schlüssequenz wird jetzt ein bisschen rum da laufen. Ich glaub, ich hab die schon mehr als einmal gezeigt. Auf jeden Fall werd ich's bei den letzten Kapiteln noch mal richtig zeigen. Ähm. Dennoch ist es ein megacooler Spiel. Es macht so mega Fun. Dieses Mindblow-Fuck, Alter. Das ist so cool. Äh. Wenn man da richtig hinterher kommt und sowas. Es ist... Es ist geil. Also es macht's alleine schon zu spielen, macht eigentlich schon Fun. Also wenn man auch alleine nur zu Hause zockt. Weil, ähm. Jedes Mal was anderes halt passiert. Und das ist einfach so cool. Niemand erlebt genau das gleiche wie der andere und sowas. Weil es immer 50 verschiedene Varianten gibt und sowas. Es... Ich mag solche Spiele einfach nur. Aber manchmal ist es echt dann... Merkwürdig. Äh. Wie entscheidest du dich jetzt? Machst du jetzt die richtige Entscheidung oder nicht? Oder bläh? Hallo, äh. Zweiter Zuschauer. Ähm. Und, ähm. Nach deinem letzten Stream wahrscheinlich. Oh mein Gott, der war schon wieder so schlecht. Und, ähm. Ja. Ist auf jeden Fall mega sweet. Ich weiß nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll. Weil... Ich nämlich jetzt ein kleines Problemchen habe. Ich hab nicht so viele Spiele für die Xbox One. Das heißt, ich müsste über die 360 streamen. Die 360 ist aber jetzt nicht angeschlossen. Und jetzt noch, äh. Mit dem PC auch nochmal online zu gehen. Ist einfach zu viel. Ähm. Des Guten. Und dann würde das Internet halt nicht mal richtig hier mitmachen. Daher kann ich halt... Dark Souls jetzt nicht weiter streamen. Ähm. Deswegen muss ich gleich mal gucken, was wir als nächstes streamen werden jetzt. Weil es ist ja so ein Live-Letsplay hier, dieses hier. Das wird ja direkt auf YouTube jetzt hochgeladen. Und, ähm. Und, ähm. Ja. Ja. Dann können wir halt, äh, äh, das erst auf YouTube sehen. Und jetzt weiß ich halt nicht, was ich jetzt nicht machen soll. Ähm. Ich könnte noch ein bisschen... Assassin's Creed könnte ich noch ein bisschen weiter streamen. Ich könnte noch Halo ein bisschen weiter streamen. Ähm. Ansonsten geben wir leider die Option ein bisschen aus. Ähm. Ich hab nämlich noch nicht so viele Spiele für Xbox One. Ja. Für dich genau. Was ich vielleicht nochmal holen kann, um zu gucken, ob es jetzt ein bisschen günstiger ist, oder ob ich das mir holen kann, wäre... Orion... Orion The Blind Forest. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Und wir haben einiges im Märchenbuch wieder freigeschaltet. Aber darum kümmern wir uns natürlich erst wieder in der nächsten Folge. Wir haben einiges übersehen hier. Wir müssen wahrscheinlich nochmal durchspielen, damit wir die restlichen auch finden. Hallo an die zwei neuen Zuschauer. Ihr könnt gerne mitentscheiden, was ihr als nächstes sehen wollt. Ähm. Assassin's Creed Black Flag. Oh Gott! Assassin's Creed Black Flag. Halo 5 kann ich noch ein bisschen weiter streamen. Und, ähm, Never Alone gibt's auch noch. Hab ich auch nochmal. Kann auch nochmal spielen. Wäre eigentlich auch nochmal ganz cool, weil Never Alone ist echt cool. Macht eigentlich echt Spaß. Sing! Ich hab leider kein Sing-Spiel. Oh, das wär voll cool. Ich muss mir mal ein Sing-Spiel für das Ding hier holen. Oh, das wär voll cool. Wir waren nicht im Bestmeldspiel. Das wär besser. Kann gerne Bescheid sein. 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 Kann ich dir. Kann ich dir. Death Jam Rap Star für die Xbox 360. Ähm. Ja, ich werd jetzt gleich mal gucken. Äh, wenn ihr noch Lust habt, wirklich weiter zuzugucken, dann, äh, tut es auch weiter, weil es wird ja alles hochgeladen. Das ist ja so verschwendete Zeit, die ich jetzt gerade mache. Bleibt drinnen. Ich gucke, was wir als nächstes machen können. Und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ob ihr lieber was anderes sehen wollt. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für das Zuschauen zu den YouTubern. Und, äh, schuldet ihr meist in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Und tschüss.